Hi Leute und willkommen zurück zu Pikmin 4. Wir sind dabei, diese Hülle noch zu erkunden, wo... ...haut die Pikmin nicht zu erkunden, ja, ja, ist okay. Genau, wir sind dabei, diese Hülle zu erkunden und Louis gefangen zu nehmen, einzufangen, wie auch immer, den großen Hund zu finden auf jeden Fall. Und ja, der Gerettete wird dann nachher Louis sein. Der Hund, glaube ich, weniger, aber gut. So, ich glaube auch nicht, dass wir es schaffen werden, hier in 1 durch, 3, das heißt, sind die verbuddelt. Wo seid ihr? Ah, jetzt. Nein! Ey, 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 Pikmin nicht. Wieso... Wo kostet der Ding da hinten? Ist der doof? Komm? Oh, der hat auch schon einen Fehlern lassen müssen. Toll. Hey! Er ist da, da ist mein Pikmin nicht. Toll. Diesmal hab ich mit mir vornehm. Jawoll Die sehen ja merkwürdig aus Nur mit so einem Fuß Okay Hey Hey So, das ist meine Figmen So, schon ein paar Federn verloren Nein Brauche ich ja nicht Hier So, noch etwas weniger Ah, wo kann man das her So Nein Ich kann sagen Nein So, hier Und tschüss So, und du Machst jetzt mir, ne Oh Wunst du gar nicht Jetzt wunst du sie So Oh, Sack So, dann Komm her Ah, schade Hat er nicht ganz gereicht Oh, das hat gereicht Ist da nur ein Stupser So So Der zeigt mir, dass schon mal machen Ups So Die Sorgheit vollgeklebt So, sehr schön Dann kommt ihr nochmal wieder her Oh Auch noch gar nicht alle So Drauf sitzen Und Ah, wir haben insgesamt fünf Stück verloren Nicht so toll, aber War jetzt auch nicht schlimm So Und runter Echt ein Typel hier unten Dass wir die auch nutzen können Für neue Figmen Ein bisschen wieder Auffüllen Unsere Ressourcen In dem Sinne Oh Äh, ja Okay Okay So Daran Nein Ihr werdet das bestimmt nicht machen Nein Was ist los? So Da komm ich nur rein, wenn ich ihn Was besiege Ich muss wahrscheinlich besiegen Können wir ihn nach oben fertig machen Ja Sieht so aus Ey Gut Nein Ich habe auch was zu tun Ah So Oh 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 So, dann. Jetzt hat man eine Schwerstelle. Ah, jetzt steht es immer dran. So. Das ist ja dumm. Okay. Der ist jetzt ein Easy-Bass. So. Sehr schön. Dann die Starken nehmen wir den da mit. Ah, nehmen sie den Ball mit. Ah. Oh, komm schon. Danke. Das sind nur so ein Dergewusel da. So, hier ist nichts mehr. So, dann kann ich den Rest auch noch mitnehmen. Und wir können jetzt da runter. Perfekt. Gut. Das war doch eine Easy-Stage hier. Und weiter. So kann es weitergehen. Das sind keine Verluste. So. Höhenerkundung befindet sich auf deiner Ebene. 100 Pikmin. Ja gut. Verschreiten alle Wilden. Du kannst keine Leuchtsamen. Dingsen. einen, einen. Ah, nein. Oh, nein. Wow, 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 wow. Oh, nein! Oh, shit. Oh, shit. Alter, schlechte drei von denen. Hey, das war nicht fair. Ich steck dir gefühlt in einen ab. Das war jetzt mit X. Nix. Nein. Hier kommt er. Oh, wieder einen verloren. Boah, was war jetzt? Nein, 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 nein. Das Schreien nervt. Was ist denn hier? Was ist das? Nein. Nein. Puff. Okay. Nein. Wir haben zu nah dran. Oh, ist das wies. Ah. Einen würde ich hinkommen, ne? Aber dann, was soll immer noch ein weiterer kommt? Ich würde mir so viele finden, ja. Was soll ich dagegen tun? Wir scheiden doch hier wieder. Oh, einer weniger. Jawoll. Noch einer weniger. Ja. Ah, wir kommen doch gut voran. Boah. Nein. Das ist so gut. Nein. Das ist so gut. Ich dachte, die würden sich verstärken. Okay, nur 43. Das sind nicht mehr so viele. Aber noch kommen wir klar. Okay, wir haben noch nicht so viele Stages geschafft. Aber okay. So ein kleiner Boss Rush Modus würde ich fast sagen, oder dass man einmal hier alle Gegner hat. Zumindest wirkt das so. Gefällt mir aber. So, Ebene 6. 25% haben wir. Gleich sind wir bei 30. Wenn ich es denn schaffe. Au. Ei. Hm. Was ist der? Louis? War ein Feck, ist er ja. Ich schaffe mich jetzt um Ragi. Ja, wie denn? Er rennt weg. Oh. Wieder sowas. Ähm. Der Ausgang? Zur Oberfläche. Komm, wir picken mir nach. Ja, komm, wir picken mir nach. Zack. So. Ja. Zur Oberfläche. Nicht alle Schätze wurden gesammelt. Ja. Aber wenn wir jetzt zur Oberfläche gehen, müssten wir theoretisch niemand wurde gerettet. Oh. Das tut mir so leid. Können wir doch direkt runter gehen und dann hier wieder starten, oder? Wir haben es noch nicht gemacht, aber würde sonst keinen Sinn machen. Wenn wir hier nicht wieder direkt starten, sondern wieder oben anfangen müssen. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, das war immer so, dass man direkt da starten konnte. Es wäre gut, um unsere Pikmin Armee wieder aufzufüllen. Dann hätte ich da auch gerne die Ladezeit in Kauf. Auch wenn die immer noch viel zu lang ist. So. Äh. Eis? Alles egal. Äh. Ich gehe eh hier rein. So. Okay. Ich darf wirklich aussuchen. Eben 6. Ähm. Ja. Noch. Es sind immer weniger von diesen. unseren ganzen Pikmin. Jetzt kommen wir so jetzt auffüllen. Perfekt. So. Und schon sind wir wieder ready. So. Dann können wir hier hin. Und. Ups. Äh. Achso. Äh. 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 Ähm. Da ist auf jeden Fall noch was. Dann warte ich mich da ran. Ja. Ach komm. Ja ist egal. So. Dann. Okay. Wir könnten weiter. Was hier aber irgendwie nicht lohnt. so. So. Da oben kann ich ihn nicht drauf werfen. Dann komm ich um die Ente. Muss ich oben schalteraktivieren. Kann das sein. Okay. Aha. Und dann knackt man da drauf gespült. Ist aber krass. So. Na gut. Irgendwie ist aber glaube ich nichts mehr. Ne. Und da posten wir uns da rauf. Und können ganz gemütlich weiter. Okay. Uh. Oh. Ah. 功夫. Hey, das ist einfach. Kein Boss und nichts. Wurdert mich ja schon ein bisschen. Naja, gut. Nehmen wir auch mal an. Und rein da. Weißt du, ich muss meine Leute nicht mehr mal einsammeln, aber irgendwie mache ich das trotzdem. Keine Ahnung warum. Könnte ich mir dazu zusammen loszumaschinen hier. So, snackt aber ein bisschen. So, was haben wir hier? Kommt wir hoch. Wir kommen hier nicht hoch. Den muss ich erstmal gesiegen. Wow. Wieder Eisige verloren. Ach, der spustet die runter. Oh, shit. Ist ja mies. Ist schon extra dekstab, weißt du was? Yo, vielleicht noch ein bisschen weiter. Oh, ja, klar. Oh, wow. Okay. Das war richtig schlecht. War es richtig, richtig schlecht. Schön, Fickman verloren. Ich hätte einfach rammen sollen. Das wäre viel besser gewesen. Ich dachte, die müssen jetzt schön mit Eis besiegen oder sowas. So, nö, wenn ich mich mit Ratschen dagegen gerammt, dann wäre das easy peasy gewesen. Okay, vielleicht sollte ich das öfter machen. So, du da. Das wäre so einfach, was sein könnte, ne? Oh, hier läuft da. Ärgert mich, dass ich das nicht gleich gemacht habe. Schon so wie wir die Plicken wieder verloren, weil die alle runtergefallen sind. So, dann erstmal weiter. Ich hoffe, das schaffen wir. Bis zum nächsten Save Zone. So, die Ebene machen wir noch und dann hören wir auf. Ah, ein kleiner Boss. Oh. Oh. Ach, Mann. Hallo. Aufstehen. So. 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 Nein, er hat die Wege geschnappt. Oh, der noch besser. Stimmt. Da war ja was. Die sind ja einfach schwerer und so, da bräuch ich ja gar nicht 15. Ich hoffe, die gehen da jetzt durch den Matsch. Ja, eigentlich war der gar nicht schwer. Gleich die schweren Hängnis genommen, weil die 15 da haben den Schwanz easy hingekriegt. So, gut. So, gut. Dann haben wir, glaube ich, auch gar nichts mehr. Kann ich da hinten hin? Nein. Nein, nein, gut. Dann werden wir erst mal in Part und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao.